Ich glaube, dass es so noch kein Künstler gemacht hat, sich wirklich da rein zu begeben mit diesen zwei Scheren, mit ein paar Stiften. Und dann soll man irgendwas machen. Ja, wo fängt man an? Also ich konnte dann recht schnell auch mich alleine auf den Fuß im Arsch begeben und und habe dann auch wirklich eigentlich fast überall reingeschaut. Ich musste mir sagen, Marion, jetzt bist du hier, jetzt fang mal an. Aber dann ist man da dran und dann hört man vielleicht ganz aus der Ferne mal so Schritte, immer wieder diese Schritte irgendwo von rechts nach links laufen. Also es ist dann, glaube ich, tatsächlich etwas ausgeartet. Ich glaube, dass man als Außenstehender auch nochmal einen absolut erweiterten Zugang bekommt, was es überhaupt bedeutet, wenn man sagt, das ist jetzt der Bundestag. ? ? ? ? ? Untertitelung des ZDF, 2020